Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir Astralglanz Booster Packs auf. Hier ist noch mal einen großen Evolib Coin, drei Booster Packs, eine Code Karte und noch eine normale Evolib Karte. Das erste Booster Pack. Wir haben leider nichts gezogen. Nächstes Pack. Da ist eine Karte andersrum. Leider nichts. Komm, das letzte Booster Pack. Ja, wir haben noch was gezogen. Leute, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.